Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren GeoGebra Video von Matago. Wir schauen uns hier in diesem Video an, wie man in GeoGebra mit Gleitkommadarstellung arbeiten kann. Wenn ihr in GeoGebra-Sites und im CAS arbeitet, dann habt ihr hier die Möglichkeit ein Befehl zu verwenden, nämlich folgenden. Dieser lautet wissenschaftliche Notation. Dieser Befehl wissenschaftliche Notation stellt euch automatisch die Zahl als Gleitkommadarstellung dar. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Wert, sagen wir 3.750 haben, dann macht die wissenschaftliche Notation daraus 3,75. Dann kommen halt noch ein paar Nullen, das ist einmal so standardmäßig eingestellt, mal 10 hoch 3. Das heißt, GeoGebra rechnet euch automatisch diesen Wert in Gleitkommadarstellung um. Ihr habt dann hier noch eine zweite Möglichkeit, nämlich wissenschaftliche Notation, Zahl und Genauigkeit. Wenn du die auswählst und wir jetzt hier zum Beispiel wieder 3.750 eingeben und Genauigkeit 2, dann sehen wir hier, dass er genau zwei Zahlen nur verwendet und hier 3,8 mal 10 hoch 3 zum Beispiel angibt. Das heißt, es wäre hier sinnvoll für uns zum Beispiel, das auf drei Stellen sozusagen zu nehmen und dann hätten wir 3,75 mal 10 hoch 3 zum Beispiel. Das ist eine nette Spielerei natürlich mit den Stellen. Im Grunde genommen reicht es vollkommen, wenn du die wissenschaftliche Notation wählst und dann halt hier die Nullen, die hinten raus noch sozusagen angezeigt werden, die müsst ihr ja dann nicht zwingend abschreiben. Wichtig ist eben, dass ihr seht, okay, das ist irgendwas 10 hoch 3 zum Beispiel. Und das funktioniert genauso natürlich, wenn wir jetzt hier irgendeine Kommazahl hernehmen, sagen wir, wir haben 0,000123 meinetwegen und dann kriegen wir das Ganze halt raus mit 1,23 zum Beispiel mal 10 hoch minus 5. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall sehr, sehr leicht und sehr simpel und doch sehr nützlich, sage ich jetzt mal, wenn man eben gerade in Gleitkomma-Darstellung irgendwas darstellen soll oder halt mit irgendwelchen Werten da weiterrechnen muss. Ihr könnt theoretisch auch direkt hier ganze Rechnungen eingeben in diesen Befehl. Ist auch möglich, wenn man gleich sagt, okay, ich will das Ergebnis in Gleitkomma-Darstellung haben, könnte man das hier auch direkt eingeben. Das war es auch schon wieder zur Gleitkomma-Darstellung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns ziemlich sicher in einem anderen Video wieder.